Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute? Liam Payne und Rita Ora. Und For You. Heißt Für Dich. Und wurde Klasse übersetzt von der Klasse 9K3, der Sekundarschule Benndorf im Kreis Mainzfeld-Südharz. Die Geschichte erzählen euch Emily und Sebastian. In Deinen Augen bin ich am Leben. Innerlich bist Du wunderschön. Etwas Außergewöhnliches. In Deinen Augen sehe ich, dass ich angekommen bin. Immer wenn ich an dich denke, verschwinden meine Ängste und Tränen. Und ändert alles, was ich dachte zu wissen. Ich werde Dir 1.000 Leben lang gehören. Sie scheint die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben. Wie sieht es bei ihm aus? Haut an Haut. Atme mich ein. Spüre Deine Küsse. Deine Lippen machen mich an. Ich werde Dir 1.000 Leben lang gehören. Okay. Er liebt sie auch. Aber wie genau fühlt sich das an? Ich bin frei wie ein Vogel, wenn ich in Deinem Käfig fliege. Ich tauche tief ein und fahre los. Ohne Bremsen. Ich blute in Liebe. Du schwimmst durch meine Adern. Jetzt hast Du mich. Wow. Die Liebe ist schön. Endlich haben sie sich gefunden. Ich habe ein Leben lang auf Dich gewartet. Ich hatte mich noch nie nach Liebe umgesehen, bis ich Dich gefunden habe. Für You. Klasse übersetzt von der Klasse 9K3 der Sekundarschule Bendorf ist jetzt für You, für You und für Euch. Alle nochmal zum Anhören im Internet auf radio.saw.de. Und wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und möchte, dass ich bei Euch eine Englischstunde übernehme, kann sich jetzt gleich bewerben. Ebenfalls auf radio.saw.de. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit Eurer Klasse und Englishman Warren Green. Nur hier auf radio.saw. Radio SAW. Das hat, was heißt das Klasse-A室. Vielen Dank.